Es wird spannend. Der FC Bayern gibt bei einem Sechser aus der Premier League Gas. Und der Spieler will zu Bayern. Jetzt wird es richtig heiß. Joao Palhinha vom FC Fulham, der neue Wunschkandidat des FC Bayern für die Sechser-Position, hat seinem Klub nach Sport 1 Informationen mitgeteilt, nach München wechseln zu wollen. Der Portugiese wartet nun auf eine Entscheidung. Die Gespräche zwischen den Vereinen laufen, wie auch Sky berichtet. Der FC Bayern könnte auf der Suche nach einem defensiven Mittelfeldspieler nun also in England fündig werden. In der Branche hieß es, dass der deutsche Rekordmeister noch im Laufe des Mittwochs ein Angebot für Palhinha abgeben möchte. Der 28-Jährige war im Sommer 2022 für 20 Millionen Euro von Sporting Lissabon nach London gewechselt. In der vergangenen Premier League-Saison absolvierte der 1,90 Meter große Mittelfeldspieler, der als klassischer Sechser gilt, 35 Spiele für Fulham, in denen er immer in der Startelf stand und drei Tore erzielte. Die restlichen drei Ligaspiele verpasste Palhinha lediglich aufgrund von Gelbsperren. Das Seele